Hallo und zurück zu The Forest mit dem Pfadfinder-Trupp, die kann ich auch mal begrüßen hier. Ein schüchterner Mensch. Hallo. Du weißt, der Eingeborene töten kann er, aber Hallo sagen nicht. Das sind wir die Richtigen. Ich wundere, warum jetzt jeder auf einmal irgendeinen Toten auf der Schulter hat. Wir hatten gerade ein Problemchen. Verniedlicht ausgerückt, eigentlich das Problemchen. Ein paar Eingeborene. Wir sind immer noch bei den Großprojekten. Wenn ihr immer noch Tipps habt, könnt ihr das machen, in die Kommentare rein posten. Dann werden wir denen dann irgendwie nachgehen. Ich muss drängend essen. Hier sind Blaubeeren, wo ich bin. Bei mir sind da alles nur vergammelte Bären. Oh Mann. Hast du diese Hasen gegessen, die da noch drin lag? Ja, das hat mir nichts gebracht. Na gut, ich hab davon gegessen, ne? Da war... Ich hab auch gesagt, dass man die Hasen... Dass man diese beschissenen Hasen... Nicht ins Feuer werfen! Nein! Sonst kann ich nicht anvisieren. Ich darf's noch nicht essen, oder? Weil's noch zu... groh ist. Warte noch ein bisschen. Oder? Probier! Probier! Nee, jetzt ist es voll. Passt. Hat gepasst. Hat gemundet. Also, warum wir gehen jetzt jagen, ne? Du bist... Wer ist... Wir? Okay. Der mit dem Speer in der Hand. Oh Marco, was machen wir beiden Hübschen denn, ha? Lass mal so ein Drying Rack erstmal bauen, wo wir das ganze Ding aufhängen wollen. Also, können wir danach auch machen, stimmt? Ich würd's aber sagen vorher, weil dann können wir direkt hingehen, aufhängen und dann wird ein Bogen weiß. Ja, dann lassen wir auch runtergehen. Ja, warte, ich stell mal eins hin. Ja, wir stellen's aber hier zum Lager. Das sind vier, ne? Ähm... Warte. Ich hör schon wieder einen. Ja, ich auch. Ich such ihn grad. Aber in den... Ich bleib, der ist unten. Wer denn, der ist hier oben gewesen. Achso. Ich hab schon mal angefangen. Prost. Komm. Ja, ne? Oder 1-0-2. Ja komm, ich steck den eben schnell auf Feuer. Äh, wenn wir Stock und T-Shirt finden oder ein Tuch oder so. Machen wir uns eine große Fackel. Willst du vorgehen? Boah, ich kenn mich nicht aus. Du auch kenn mich auch nicht aus. Wow. Hilfe. Von hinten. Boah, ich hasse das, wenn die weglaufen. Ich auch. Der kommt wieder. Ist noch einer, oder? Der ist derselbe. Oh shit. Der gibt mir. Gehen wir jetzt nach unten, Marco, ja? Ja. Sollte auch? Die verschwinden ja sonst, ne? Ja. Welche Richtung? Rechts oder links? Erstmal die einfach liegen, oder? Ja, wir lassen die liegen. Ja, ich guck mal, ich verbau mal eben kurz die Hölzer, die unten liegen, weil sonst spawnen die ja weg. Also ich hab grad schon ein bisschen Angst, hier durch den Wald zu laufen, ne, nur zum Feuerzeug. Schau, bei mir sind das alles vergammelte Beeren, oder? Nee, guck mal hier, hier, guck mal hier. Ja, es sind vergammelte. Hier. Bei mir sind die hell. Ja, genau, die kannst du essen. Hell. Hell? Ist die hell? Bei mir ist da gar keiner mehr drauf. Nein, die kann ich nicht essen. Oh, verdammt. Bei mir sind die alle hell. Bei euch sind die alle gut, bei mir sind die alle schlecht, das ist unfair. Luch. Ey, man kann sogar da hoch, wusste ich gar nicht. Oh, nice, hab ihn. Elektronik-Sachen war manchmal oben drauf. Man hätte ja auch theoretisch da oben bauen können, ne? Wir sind ja auch doof, ehrlich, ey. Ja, aber ich glaub nicht, dass es geht, oder? Oh, das sieht voll creepy aus, Mann. Alter, das ist ja schlimmer als Dings. Jede Wette geht das. Da ist es nochmal. Clenderman. Ja, genau. Lass mal hier dann, wo ich bin, hinter dir. Achso. Ich hab keine Ahnung, wo es lang geht, aber... Ja, du siehst ja das Haus ungefähr, oder? Ne, das Haus sieht man immer. Ja, ja, gut. Wir finden auf jeden Fall zurück. Ja, das ist gut. Aber das ist... Lass mal auf die Worte, das sind wahrscheinlich Ropes oder so. Du sollst dir echt viele Molotow-Rockeles machen, weil damit kannst du sogar diese scheiß Hasen und sogar hier die Räder mitbewerfen, dann kriegst du auch das... Ja, wir haben schon ein Riding Rack gebaut. Ja. Wir kommen dann einfach zwischendurch zurück und hängen alles auf. Okay. Ist da was bei dir? Ich hab Seile gefunden. Seile sind gut. Ich kann hier trinken. Ja, ich auch. Ich mach... Ist zwar schlechtes was, aber egal. Nein, nein, Fahrgut, das was... Oh, Doch! Ja, Elektronik-Teile habe ich genug, glaube ich. Wo sind die denn jetzt? Elektronik-Teile habe ich auch so viel wie kommt der. Fünf, fünf Stück hab ich. Siehst du Fische? Ich sehe gerade nichts. Ich sehe hier gar nichts, ist alles schwarz. Das war weiter Aber ihr müsst auch aufpassen Nicht, dass eine Anaconda kommt Oh Gott, ist es dieser Teich, oder was? Ne, ne, der Teich ist, glaube ich, ganz woanders Ich sehe nichts Hier das Feuerzeug nach oben hält Ja, das Ja, okay, das ist wenigstens logisch Der schwimmt hier wenigstens mit einer Hand Komm, 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 komm Hier raus Hier schwimmt du wenigstens mit einer Hand Nicht so wie letztens, wo wir die Dinger Die Eingeborenen zurückgetragen haben In unser Lager Wie viele Monotov-Cocktails kann ich denn craften? Fünf oder vier Pilze, sind die gut? Ich habe gerade neun im Inventar Ja, die Pilze kannst du essen, die Pilze kannst du essen Hab schon Ich erwisch den einfach nicht Ich habe jetzt ein bisschen Fleisch in der Tasche gemacht Oh Gott, ich habe gesehen, ich habe gesehen, ich hole ihn mir Oh Gott, Alter Ich habe genug Fleisch Du denkst, irgendwas in der Hand? Ich nehme rein Marco, wir müssten mal so eine Dinger bauen Ja, ja, ich habe das auch schon eingesackt Wow, pass auf Ich flieg, ich flieg Wo wir das Fleisch hinhängen können Scheiße Scheiße Wir können ja nochmal zurückgehen Ja, dann lass uns mal eben kurz machen Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir Ja, ihr habt es gesehen Ich bin fast tot Nimm Medizin oder so Ja, ganz schlecht gerade Oh Gott, oh Gott Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Ich muss Medizin nehmen Das bauen wir aber dann bei uns hin Marco, ne? Fett Das bauen wir bei uns hin, ne? Ich habe keine Medizin mehr, ich habe keine Medizin mehr Warte, ich kipp dir gleich Klar Halte dich mal ein bisschen zurück Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Wie vergeht? Marco, wo bist du? Nice Du sitzt schon wieder hier Da kommt noch einer Da kommt noch einer Wo? Richtiges Tag Team, Alter Oh Gott Du kannst hier seine Waffe nehmen Hier liegt seine Waffe Ich hab auch schon eine Ja, die schlägt richtig scheiße Hinter uns ist Leuchte, Willi Komm, lass weiter Wieso? Ey, ich hab so einen Schädel in der Hand Hast du auch so einen Schädel in der Hand? Das ist dieser Stab, den du gerade eingesammelt hast Der macht voll viel Damage Aber ist beim zuschlagen richtig langsam Das ist der Nachteil Wir müssen auf jeden Fall Medizin finden Du kannst auch so Blumen aufsammeln Und essen, bei manchen gibt es Hier sind voll viele Pilze Die man essen kann Ja Wir hängen hier gerade Das Fleisch, ne, könnt ihr nicht zu lange Das Fleisch könnt ihr nicht zu lange Bei euch in der Tasche lassen Ich weiß schon Ich weiß schon Hoch Ich würd sagen, nach dem Reh hier Oder was ist das Reh, oder? Nach dem Reh, gehen wir kurz nach Haus, ja? Lass uns in die Richtung, Marco Die Richtung, okay Ich hab jetzt auch... Ne, ich brauch nichts, hab jetzt ein paar Monotops Hab ich, aber ich könnte, warte mal, ich hab doch hier die Zähne Ähm, da kann ich doch meinen Axt mit upgraden Guck mal hinter dir ist noch eins Was denn? Womit kann ich denn... Doch da! Wie kann ich denn die Zähne da dran machen, was brauch ich noch? Mist Wo ist mein Seil Brauch ich das Seil, oder? Wow, der Baum, ey Wow, was ist das für ein Baum? Hm Wo ist mein Speer? Hab ich's aufgesangt? Nein Musst mir noch eins craften Ich hab's, ich hab's getroffen Ist es tot? Hier ist noch eins, vielleicht erwische ich das Bleib stehen Es bleibt nicht stehen Alter Fuck Alles gut Und mach hier ein paar Blätter kaputt Oh, ich bin gleich tot Ich bin gleich tot Wo ist denn... Wo warst du grad? Alter, was ist denn kaputt gegangen hier? Komm, lass mal kurz zurück Lass zurück, lass zurück Bist du wohl? Warte, bist du noch gedamaged? Ja, ich bin mega gedamaged Warte, ist... Auf was, Marco Ich geb dir Oh, Alter Unser Speicherpunkt ist im Eimer Nimm dir das raus Jo, Hub Nimm's direkt Oh, Alter Jawoll, ich bin wieder voll Ab nach Hause Ab nach Hause Oh, der Baum gibt Unser Speicherpunkt ist kaputt, Leute Mach unterwegs ein... wie kaputt? Ja Kaputt halt Ja, mach einfach ein neues Hörschen Ja, mach einfach ein neues Hörschen Boah, ich... gehen wir lieber, weil das ist zu viel Verbrauch von... Ja Ja Welcher Äste? Warte mal, ähm... Marco, kannst du einfach ein Bett hier hin machen? Ein Bett... mehr brauchen wir nicht Nur ein Bett zum Speichern Wett... Wett... Was hat denn hier? Das ist Aluvira, oder? Nee, glaube nicht Alter, war das fällig Doch hier, das fällt hier runter Das geht nicht mehr kaputt Hörst du das? Ja Das sind blauen Bären Oh ja, wohl Oh ja, wohl Den, oh Gott Du hast alle weggefressen Nice Hauptsache, erst mal mein Essen geht runter, ne? Da ist noch ein Reh Pack's dir Nein, hab's nicht erwischt Warte, nicht dahin, nicht dahin Oh Gott, das steht vor mir! Wuhuuu! Oh, jetzt hab ich drüber geworfen Fing dir Na, egal Lassen wir's Ja, ich hab noch eins in der Tasche Du hast, glaube ich, vier Fleischstücke von einem bekommen Ich hab vorhin auch eins getötet Ne, nicht übers Wasser Lass mal außen rum gehen Ja, ich seh's grad Guck mal, hier sind Fallen überall Hast du das Bett gefunden? Ja, da, da liegt ne Falle Geht auch so einen komischen Shelter oder so Was aussieht wie... Achso, das haben wir gerade gehabt Das hat ja nicht lang gehalten Hörst du das? Dieses komische Schreien? Ja, ich was die ganze Zeit Das ist... Wissen das, wie ein Viech? Wo kommt das her? Komm, hier kannst du ja irgendwas essen Komm, hier ist ein Bär Oh, ne, die kannst du nicht essen Nee, du kannst nur blaue essen Die anderen nicht Ich hab's ja nicht gesehen Aber dafür brauchen wir... Warte mal, was ist das denn? Weiß nicht Lass einfach schnell zurück Ja, nimm das hier, das ist okay Und sowas am besten kaputt machen Oh, Kloff Wow Oh mein... Hä? Das ist ein Vibe, aber das lacht wie ein Mann Was war das? Hä? Was ist mit der kaputt? Hinten fliegt auch ein voller Wagen mit dem Holz Ich hol den mal in Oh Gott Ich bleib bei dir, weil... Hä, die kann man mitnehmen Wenn du die andere noch findest, dann nimm einfach auch mit Ich hab keine Ahnung, die haben wir irgendwo da hinten getroffen Hier oben war auch irgendwo einer, glaube ich Wo wir losgegangen sind Wir sollten aufhören zu sprinten Das stimmt Der Lucky irgendwo Ja, guck mal, guck mal, guck mal hier Links, guck mal links Hier, guck mal Wo bist du? Ah, das andere rechts Guck mal hier Das ist meine Falle, guck mal jetzt Da können Hasen drin Verschwinden Alter Schöne Das kenne ich schon Verschwinden vor allem Verschwinden Fun Oh je Er macht auf Houdini Ja, ja Ja Bisschen im... Magic muss doch sein Magic Lass mal schneller, weil sonst... Das ist vielleicht noch kaputt Ja Da hängt ja schon voll viel Was habt ihr gemacht? Ja Wir waren... Produktiv Ich glaube wir brauchen noch ein... Noch ein Ding Also brennen die nicht Ah, jetzt Ähm... Ja, ist ein... C, 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 C C, C, C Es geht nicht mal Ich glaube der ist voll Ne, ne Du musst halt vorsichtig dran gehen Oh, dieses Anvisieren ist richtig Ja, du musst... Du musst anvisieren E, nur noch E Da, C Hä? So Ich krieg's nicht anvisiert Hä? Hast du noch da... Äh... Geh mal aus dem Weg da hin Ja, genau Ich muss das selber noch anvisieren Ne, ich glaube der ist voll Wir müssen alles bauen Ja, komm Soll ich machen? Äh... Ich mach mal Buch Hab schon Erst mal finden hier Einfach mal kurz irgendwie hinbauen Hast du noch Stickys? Eine Liebe Man hört eine Liebe Einer fehlt Einer fehlt mir Einer fehlt mir Oh, Mist Du bist mir extra in dem Wald hinterlaufen Ein blödes Stück Ah, hier ist ein Ast Ich würd mal sagen, noch haben wir ja genug, ne? Ich sammle gleich mal ein paar mehr Stöckchen Habt ihr schon eine Plattform eigentlich gebaut? Hab ich gar nicht drauf geachtet Ja, wie... Was glaubst du denn, ob wir 128 Dinger so schnell hinkriegen? Hey! Was schreibst du mich denn so an, du dumme Sau? Ich nehm den mit Schreit der mir einfach ins Ohr, was geht der mit denen? Mal gar nicht Wir sind so richtig laut einfach, weil die neben dir sind, das ist abartig Also die sind schon was weiter mit der Plattform Voll Na gut, aber wir müssen jetzt mal gucken... Da ist mal schönes Essen drauf! Marco, lass uns mal was trinken gehen Ja Wieso isst du nicht von dem Drain-Ding runter? Ja Da hinten ist was, ne? Ja Du kannst jetzt übrigens wieder was aufhängen Irgendwie auch nicht Ich hab nichts mit drin, ich hab nichts mit dabei Achso, ja auch nicht Ne Falle Das was ich hab, kann man nur hier kochen Du kannst übrigens dein Essen essen Ich hab ja extra für alle was drauf getan Laufen wir hier gerade richtig, Marco? Sonst denke ich mir was... Oh, ich hatte schon voll egal So, ich guck mal, ob ich einen Stock kriege, weil ich hab Stoff gefunden Hast du schon gespeichert, Marcel? Ne, noch nicht, mach ich gleich Ach je Ja, warst du das? Ja, dann gehen wir mal vorsichtig runter Da hinten ist... können wir auch Seile holen Oh nice Boah, wie viele Stöcke man braucht Ey, was ist eigentlich nur Stöcke? Das ist ne Stämme So, saufen Ja, aber... Faro, wir sollten mal jetzt lieber jagen gehen Weil jetzt ist hell Stimmt das Tag Ja Speer Und sobald du irgendeine Blume siehst, die du eh drücken kannst, nimm einfach mit, das ist gut Richtig Wow, Tennisbälle Ernsthaft Ja, ich hab einen durch die Wüste hier geworfen Lass mal jetzt hier nach rechts gehen, oder? Durch den Wald geworfen, ja, komm Ich hab ab und zu hier so einen Grafikpack, hör mal, das ist übel Ähm Kommst du, Marco? Ja Ah, hier ist der Strand Ja Es ist nicht der Strand mit dem Boot? Nein, da liegt so ein Boot Guck mal das... Koffer sind zu! Nice Nice Nimm die Axt raus Mach mit, Speer ist leichter Also angenehmer Lass nichts drücken Da waren Sneakers Sneakers Ein richtiger Sneakers Ein richtiger Sneakers Schuh 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 Hey, ist das nicht die Insel? Der Strand... Nein Ist es nicht Warte Ja, Fische gibt's ja auch nicht Lass mal weiter rein in den Wald Das... Das krieg ich nicht Das krieg ich nicht Sag doch, dass du schon da oben gehst, Marco Ja... Da oben Oua Aua Oh, oh Hast du's gehört? Ja Das ist vom Strand Vom Strand Safe Ah, genau Wir müssen mal für die Bären mal diese Hasen-Bären-Sammeldinger machen Weißt du, was ich meinte? Eben, aber du kriegst nie einen Hasen Ja, wir können doch Hasenfallen bauen hier in dem Wald näher Ja, eine steht doch schon, eine steht doch schon Irgendwo links Was weißt du? Hey, hinten bei... Marcel Da steht schon eine Hasenfalle Ja, wenn du die mal wieder findest, ne? Das ist halt so ne Sache Ja, ich hab's ja schon gefunden Ich baue jetzt hier eine Hasenfalle hin Guck, Marco, wo ich bin Da ist wieder rein Weil dann sehen wir die auch beim Wald Pack dir auch die Stöcke mit, ne? Wie was? Die Stöcke wieder mitnehmen Ja, hab ich schon Ich mach jetzt die ganze Zeit diese kleinen Äste kaputt Wo ist der? Oh, oh Zwei Leute sind hier, Hilfe Wir haben drei Ja, wo bist du denn? Acht, du bist schon da oben Ich bin hier oben Okay, sie laufen weg Steh weiter Komm hier weiter Jagen Ey, Alter Lauf, 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 lauf einfach Ich hole mal ne Axt Da ist ein Zelt Da ist ein Zelt Ich guck mal gerade, wie ich die Hasenfalle mache Ja, warte, 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 noch nicht Warte, wir sind gleich bei der Bei dem Strand mit dem Boot Äh, pack mal Warte Warte, wir müssen die, äh Ungefähr hier Weil wir haben hier Stöcker in der Nähe Das sollte dann hinhauen Nicht mit dem Schlangen, das ist viel zu langsam Die rufen, glaub ich, Verstärkung Ich weiß nicht, was die da immer schreien Locker kommen jetzt 10.000 Stück Oder Muschi Klaus Und die schreiten der SMS Ja, der eine, der eine flitzt hier noch rum Wenn ich auf den einen klopp, hört sich das an, als ob ich einen Baum kaputt schlage Ist bei dem Zeit irgendwas zu looten Ich hab einen Topf, ich hab einen Topf gefunden Ja, genau Wasser abkochen Boots hab ich genug Oh, diese Anker Oha Marco, wo bist du? Warum rennst du von der Welt? Lass mal zum Boot gehen Auf jeden Fall liegt der Alkohol Ja, ich hab schon genug Dann lass uns noch eine Falle hier hinten machen Ach, ach, ach Gab's sogar, das ist die Stelle, an der sie am meisten patrouillieren gehen Den nehm ich mir Kommst du? Ja, ich bin schon da Ich hab grad noch mehr gefreut Da oben ist der heilige Baum Ja, lass mal fällt, ne? Das geht nicht Da ist das Boot, da ist das Boot Ja, da wollte ich hin Wir müssen langsam auch die Folge beenden Okay, ja dann Ich würd sagen, dann gehen wir in der nächsten Folge zum Boot rüber Ja, also Was war das für ein Schrei? Ich wusste es ich wett bin